Und jetzt wird der Gitter noch schlafen gelegt, oder? Das ist jetzt doch ein Röschen. Ja, du musst jetzt irgendwas machen gegen den Hawk. Ja, ja, wir machen mal so Babs irgendwie, ne? Genau. Was machen wir jetzt? Lava-Hund eigentlich rechts. Du musst halt irgendwie jetzt versuchen, den rechten Tum zu... Ja, vielleicht doch sowas hier. Ist das auch ein Play? Ah, das ist glaube ich nicht ganz so gut eigentlich. Das ist nicht ganz so gut eigentlich, okay. Was, wenn ich jetzt einfach hinter-spam wie ein Vollidiot? Das geht auch. Das geht auch, okay. Okay, das geht auch dann. Dann zapp ich hier mal. Viele verschiedene und so. Dann spamm ich weiter einfach. Ich spamm einfach weiter. Einfach rein da, ja. Wie ein absoluter Vollidiot bin ich am Spammen gerade. Ich bin nur noch am Spammen. Ich spamm, spamm und spamm. Ich spamm alles voll. Ich ignoriere alles und spamm einfach nur alles voll. Ja, ich glaube, ich muss ja echt nicht viel coachen. Das Stack ist, glaube ich, ziemlich selbst erklärend. Ich weiß gar nicht, was ich da so... ...kommentare geben muss. Ich spamm einfach nur. Ja, spammst du einfach durch. Ja, das war der Sieg. Ja, hat Spaß gemacht, das zu coachen. Keine Ahnung, was ich noch groß sagen soll. Ich hab einfach gewollt...